Jörn Großkopf, zur neuen Saison übernehmen Sie das Traineramt bei HEBC. Wie ist es zu diesem Engagement gekommen? Ja, zuallererst ist ja die Situation vorhanden, dass der Erfolgstrainer der letzten vier Jahre vom HEBC Marco Fagin des gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht und aus dem Grunde haben wir uns dann zusammengesetzt mit den offiziellen vom HEBC und sind relativ schnell zu einer Einigung gekommen. Standen Sie denn auch mit Marco Fagin im Austausch über den Kader? Hätte ich gerne gemacht, hätte ich gerne mit ihm gesprochen, ist allerdings leider nicht möglich, da er, wie gesagt, überhaupt nicht erreichbar ist. Wir wissen alle überhaupt nicht, wie die Situation dort ist und ja, wir haben keinen Kontakt zu Marco. Ich kann ihn nur alles Gute wünschen auf diesem Weg und der Junge hat einen riesen Anteil an der ganzen Erfolgsstory HEBC der letzten Jahre. Die ersten Einheiten und die ersten Testspiele sind jetzt absolviert mit der neuen Mannschaft. Was ist denn Ihr Eindruck von dem Team? Naja, das, was bei HEBC immer schon der Fall gewesen ist. HEBC steht für Kameradschaft, HEBC steht für Zusammenhalt und diesen Eindruck konnte ich auch gewinnen in der ersten knappen Woche. Da ist also wirklich eine Mannschaft auf Trainingsplatz, aber auch auf dem Platz, wenn wir spielen, die absolut mit Leben erfüllt ist. Da ist Alarm drin und wir müssen einfach sehen, dass wir zueinander finden, schnell eine Einheit werden, Trainerteam samt Mannschaft und Team ums Team herum und dann müssen wir sehen, dass wir erfolgreich in die Start in die Oberliga starten. Sie standen auch früher selbst für HEBC auf dem Platz, war das auch ein Grund, dass Sie hier unterschrieben haben? Ja, ich stehe immer noch für HEBC auf dem Platz. Ich spiele dort in der Senioren und natürlich ist das eine besondere Situation für mich, wenn man bei dem Verein Trainer sein darf, wo man früher gespielt hat. Ich habe acht Jahre da verbracht und von da dann zum Millerntor gewechselt und ja, das ist eine besondere Geschichte für mich. Ja, zuletzt waren Sie Trainer beim Wähler TSV im April, haben sich dann die Wege getrennt. Sie waren da nicht wirklich einverstanden mit der Entlassung oder mit der Freistellung. Können Sie das nochmal schildern aus Ihrer Sicht? Naja, welcher Trainer ist mit der Freistellung oder Entlassung einverstanden? Das muss man mal klar vorwegstellen. Ich bin da angetreten im Winter in der Serie 2016-17. Ich glaube, wir haben die erfolgreichste Rückrunde gespielt, die Wedel jemals in der Oberliga gespielt hat. Wir haben damals 22 Punkten da gestanden und haben in der Rückrunde 34 oder 35 Punkte geholt, waren in der Rückrundentabelle irgendwie unter den ersten dreien. Das war sehr erfolgreich und in der jetzt abgelaufenen Serie war eigentlich bis nach der Winterpause auch noch alles in Ordnung, aber wir haben mit so vielen Problemen an allen Fronten zu kämpfen gehabt. Und ja, so kam es dann dazu. Ich bin auch irgendwie überhaupt nicht im Bösen mit den Jungs dort auseinandergegangen im Gegenteil. Ich habe sehr anständige Charaktere kennengelernt, aber der Volk ist halt ausgeblieben und jetzt darüber zu sprechen, wieso, warum ist Unsinn. Die haben eine neue Truppe, ich habe eine neue Truppe und ich wünsche WTSV alles Gute, bis auf zwei Spiele, die sie nächstes Jahr eine Serie haben. 2016 waren Sie auch groß in den Schlagzeilen. Das war dieses Trainerkarussell mit Markus Weinzierl, der zu Schalke gewechselt ist. Was ist da genau gewesen? Wie waren Sie damit involviert? Naja, es gab einen Trainerrücken von der Bundesliga bis nach unten in die Oberliga, bis Wedel. Ich bin dann bei Eichhede eingestiegen, die dort aufgestiegen waren mit Oli Zabel, der dann aber nach Großasbach gewechselt ist. Ja, und so kam das zustande. Wir sind dann halt irgendwie davon betroffen gewesen mit Wedel. Ich bin zu Eichhede. Wedel hat dadurch eine Einladung auf Schalke bekommen und eine Palette mit Veltins. Ja, insofern, das war schon eine interessante Geschichte. Dann einfach mal noch abschließend der Ausblick auf die neue Saison. Jetzt gerade aufgestiegen in die Landesliga. HEBC, was ist jetzt das Ziel für die erste Oberliga-Saison? Naja, das ist ganz deutlich. Wir wollen die Klasse halten. Wir wollen nichts anderes als die Klasse halten. Wir wollen diese Serie absolut genießen. Jeder Spieler soll das genießen. Das haben Sie sich erarbeitet. Wir haben ein paar gute Jungs dazubekommen. Es wird eine harte Aufgabe, dessen sind wir uns aber alle bewusst. Und wir müssen einfach rausgehen, Spaß haben und ein paar Punkte holen. Ja, Jürgen Gorstkoopf, dann herzlichen Dank für das Interview und ganz, ganz viel Erfolg nächste Saison. Ja, Jürgen Gorstkoopf. Ja, Jürgen Gorstkoopf.